Willkommen zurück bei Let's Play Super Metroid. Wir haben aufgehört nachdem wir den schönen Wave Beam bekommen haben. Und ja, wir holen uns erstmal noch ein bisschen Energie. Denn, wie man sieht, wir haben nicht mehr all zu viel davon. Und je mehr Energie wir haben, desto besser ist es doch für uns. Dank des Wave Beam ist auch mal wieder unser Schuss als Löffel verstärkt. Wir müssen jetzt auch wieder zurück nach New Brimster. Dann zurück nach Crateria, weil wir dort finden, und wir danken unseren neuen Fähigkeiten neue Wege. Das ist auch klar. Und wir finden dort dann auf den nächsten einen Boss. Beziehungsweise wie ich es eher auch nennen würde Level Boss. Ich glaube, das mache ich auch. Denn auf jeden Level, also ein Level ist dann zum Beispiel Brimster, das andere ist Norfair, Meridia und die Crateria zusammen mit... Wir haben hier auch wieder etwas Neues und Schönes, ein Reserve Tank. Und etwas wirklich, wirklich Schönes. Also... Wie gesagt, ein Reserve Tank ist eigentlich dazu da. Ähm... Quasi als zusätzlicher Energietank. Wir haben jetzt quasi 5 Stück. Wird uns... Wird uns... 4... 4... Ja... 4... 7 Pferdchen. Wird uns nur 4 angezeigt. Und der fünfte ist quasi... als Notreserve. Das heißt, falls wir... Ähm... Sterben. Und wir haben Energie in diesem... Reserve Tank. Wird diese Energie zu uns transferiert. Und wir erhalten dadurch... Quasi die erneute Chance, die Gegner... Äh... Besonders den Endgegner... Äh... Endgegner zu besiegen. Und... Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal wieder zurück. Und durch den kleinen Weg... Ähm... Den... Ja... Und wir haben... Ähm... Dadurch diesen Reserve Tank bekommen. Den Wave Bank. Genauso wie zwei andere Raketenparks. Und... Ich sag, wir haben jetzt... Ja... 5... 5... Ja... Und... Ja... Und... Wir haben mehr Raketen. Wir haben natürlich das... Besser unsere Überlenkung... Chancen... Gegen... Gegen... Gegner erfeiten. Wir fahren natürlich... Aber... Und... Ja... Und... Das geht die Anakin natürlich aus. Das... Ich hoffe... Nicht... Das... Das... Nicht passiert. Und... Besonders bei... dem nächsten End-Boss-Fight... Oder... Level-Boss-Fight... Wird es eben halt doch ziemlich nervig sein. Weil... Es... Er doch... Ziemlich weit weg von... Ein... Safe... Station... Ist... Wie gesagt... Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück... Und... Wir sagen... Erfreundter Tschüss zu... Norfair... Und... Gehen jetzt... Nach... Krateria... Denn dort finden wir... Wie gesagt... Ein... Neues... Territorium... Zum... Erfrisch... Und da haben wir wieder die Wasserwelt... Hätte sich die Tür nicht schnell eröffnen können... Wir sind... Wie sagt sie, geht... Doch... Und da kann nicht nur... Die Wake... Die Tiere... ... und die... Die Karte... Die... 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 Das ist... Das... Das ist mal wieder ein wunderschönes Let's Fail. Und, äh... Ja... Rechts... ... die Kabel für Rollerfähigkeit, die wir... ... und, äh... ... durch den Rappling Beam bekommen können. Und, es ist mal wieder... ... Stockfu... ... ja, Stockfu... ... Stockduster in diesem Raum. Und... ... äh... ... ja, äh... ... diese Fliegen geben eben halt das Licht. Und... ... je mehr wir von diesen... ... kleinen Fliegen... ... äh... ... wir eben halt vernichten, desto... ... äh... ... dunkler wird auch... ... so... ... äh... ... ja... ... besondere... ... Gemeinheit ist hier eben halt... ... äh... ... schnappere Dinge aber da... ... weil die ziehen einen nämlich... ... ganz gerne runter. Und... ... dadurch... ... wird uns ziemlich viel Energie abgezogen. ... ähm... ... und... ... ähm... ... mir ist schon häufiger passiert, dass ich eben halt... ... genau an der Stelle gestorben bin. ... beziehungsweise... ... gestorben kann man nicht sagen. ... ... der Anzug platzt einfach nur. Und hier bekommen wir nun den... ... X-Ray Scope... ... eine ziemlich nützliche Fähigkeit... ... die uns... ... erlaubt... ... quasi... ähm... ... äh... ... das zu sehen, was andere nicht sehen können. Ich... ... demonstriere das mal eben. Und zwar... ... ja... ... wirklich toll. ... ... und zwar... ... ist das... ... wie das Auge der Wahrheit... ... von... ... Zelda... ... Ocarina of Time... ... oder Majors Mouth... ... können wir eben halt... ... in so einem bestimmten Bereich sehen... ... äh... ... wo jetzt... ... das ist... ... Schleimhäute... ... Schleimsachen... ... alles doof... ... äh... ... wo eben halt... ... äh... ... Wahrheit ist... ... und wo... ... eine Fälschung ist... ... beziehungsweise... ... wo... ... die Wand... ... fester Materie ist... ... und wo die eben halt... ... dann doch... ... äh... ... bloße... ... äh... ... Täuschung ist... ... das... ... das... ... tut... ... gut aus... ... es sei denn das... ... äh... ... ahhh... ... da ist er... ... und... ... wie gesagt... ... da fliegen... ... das... ... 1-4... ... und... ... dadurch... ... kann man nicht... ... Gefahr laufen... ... sie... ... zu... ... zu berühren... ... und eben halt... ... die dadurch zu tun... ... das... ... zwei Nachteile hat... ... erstens... ... dass man... ... nämlich... ... Energie verliert... ... zweitens... ... dass man... ... eben halt auch... ... äh... ... dass der Traum... ... immer dunkel wird... ... man... ... kann zwar... ... Energie bekommen... ... aber... ... ob das wirklich... ... so... ... sch... ... schön ist... ... würde ich sagen... ... doch zu bezweifeln... ... ja... ... Pfeil nochmal runter... ... ja... ... Zeit ist auch gleich... ... wieder vorbei... ... und... ... wir... ... dann nochmal... ... eine Stachel... ... machen... ... vielleicht auch... ... diese... ... beißen müssen... ... geht nicht mehr... ... geht nicht mehr... ... ja... ... sind jetzt auch... ... vorbei... ... gehen wir eben... ... noch schnell... ... durch diesen Raum... ... und... ... verabschieden uns... ... erst einmal... ... von... ... Let's Play Super Metroid... ... und... ... hoffentlich... ... sehen wir... ... im nächsten Part... ... äh... ... eigentlich... ... auf den... ... nächsten End bis... ... und... ... ich sagen... ... bis zum... ... nächsten Mal... ...